Es gibt nichts Schöneres und nichts Furchtbareres als unsere Emotionen. Emotionen machen das Leben einerseits total lebenswert und schön und auf der anderen Seite sehr, sehr anstrengend, furchtbar, schmerzlich. Und das ganze Spektrum von Emotionen ist einfach ein Teil des menschlichen Lebens und ein Teil des menschlichen Dilemmas, dieses ganze Spektrum zur Verfügung zu haben. Das Problem ist allerdings, wenn wir eine Traumageschichte haben, wenn wir nicht gut als Kinder gepflegt, geliebt und gespiegelt und gereguliert wurden, dann haben wir oft sehr große Probleme mit unseren Emotionen und Gefühlen, weil wir entweder nach oben durchschießen und alles viel zu groß ist und eher wie so ein flackerndes Feuer oder wir einfach nach unten durchfallen, also Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Und das Leben wirklich eher einer Achterbahn gleicht als einer, ja, beschaulichen, naja, beschaulich ist das Leben, glaube ich, nie, aber einer Fahrt durch Hügel und Berge und an verschiedene Landschaften, sondern wir sind einfach gefangen in unseren Emotionen und sie schütteln uns von rechts nach links. Und deswegen ist Selbstregulation, hat als zentrales Thema die Regulation von Emotionen und ist deswegen so, so wichtig. Und ja, ich würde dich gerne einladen, dich für den Schnupperkurs mit Trauma Leben einzutragen, weil da geht es einen ganzen Kurs lang nur um Selbstregulation. Und Selbstregulation ist wirklich der Boden, auf dem wir stehen. Ohne Selbstregulation geht gar nichts. Immer noch wird das Thema Selbstregulation viel zu wenig beachtet und auch in Therapien oft zu wenig beachtet, aber es ist wirklich essentiell. Ich würde dich gerne neugierig machen, du kannst dich unten über den Link eintragen. Ja, unsere Emotionen. Und das Erste, was du lernen musst mit Emotionen, ist sie beobachten zu können, wirklich wahrzunehmen als etwas, was kommt und geht und nicht quasi immer im Zug zu sitzen und den Hügel rauf und runter zu rauschen und immer voll dabei zu sein. Ich weiß das von früher, von mir und manchmal auch heute noch, weil niemand ist davon frei, dass es einfach war wie, es ist jetzt so. Und es gab keine Vergangenheit, in der es anders war und keine Zukunft, in der es anders werden würde. Und das ist eben das Wesen auch von Trauma, dieses Gefangensein im Jetzt, in der Emotion heute. Und je mehr ich gelernt habe, zu beobachten, was in mir passiert, zu beobachten, dass ich Gefühle habe und die in mir erzeugt werden, durch das, was ich denke, durch das, was ich interpretiere in der Welt, desto mehr konnte ich Gefühle modulieren. Und das andere, ganz, ganz Wichtige, ist, Gefühle im Körper spüren zu können. Dass ich weiß, ah ja, das fühlt sich so und so im Körper an, das sind die Empfindungen, die in meinem Körper sind und die ich zu diesem Gefühl interpretiere, weil so genau machen wir das. Wir haben Körperempfindungen und interpretieren sie als Gefühle. Und wenn du das lernst, dann kannst du immer mehr Gefühle im Körper halten, weil das Problem mit einer Geschichte, die wehgetan hat, ist, dass wir Angst haben vor Gefühlen und sie dann quasi eng machen. Wir atmen nicht mehr richtig, wir versuchen sie zu halten und gerade unangenehme Gefühle und dann explodieren sie erst richtig. Das heißt, je mehr ich sie im Körper sein lassen kann, desto ruhiger werden Gefühle. Je verkörperter wir sind, desto ruhiger wird auch unser Geist und unser Verstand, der immer hin und her spielt. Und deswegen ist eben eine verkörperte Selbstregulation so, so wichtig. Das ist nichts, was nur irgendwie im Kopf stattfindet, sondern wir müssen unseren Körper spüren und die Gefühle und Emotionen in diesem Körper beobachten lernen, sein lassen zu lernen, ohne damit zu kämpfen. Und dann verlieren wir langsam die Angst, weil es wie eine Welle ist, die vielleicht durchläuft und wir sie regulieren lernen können, immer mehr und mehr und mehr. Ja, also, Emotionen, ganz, ganz wichtig, sie zu verkörpern, weiterzuatmen, wenn sie stark sind und beobachten zu lernen. Und wie gesagt, wenn du mehr lernen möchtest, trag dich gerne für den Kurs ein und bis dahin, Tschüss, Dami.